Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons Link Game 314 und wir sind immer noch hier vor dem antiken Ruin. So, jetzt muss ich kurz schauen, was ich denn überhaupt jetzt machen muss. Soll ich denn leer sein? Achso. Stimmt, das war ja der Arsch, der einen Urlaub gezogen hat. Dann reise ich doch mal. Was war denn der letzte Hinweis? Ich geh mal nach Orndorf. Könnte ein Essenz auf dem Friedhof sein? Doch wie überquerst du die See? Okay. Warum hat die einen UFO? Wir treffen uns schon wieder. Naja, du weißt wie es läuft. Zuerst kommt mal zuerst. Ah, jetzt tut es dir leid, aber ich habe mir jetzt vorher einen Schuss. Was? Du weißt? Sepp, wann hat die ein UFO? Stimmt. Irgendwas war... Ich glaube, ich muss mir mal irgendwas mit dem Piraten anschauen. Die haben mir irgendwas gemacht. Bei denen konnte man ja nicht helfen. Der Käpt'n hat ein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin ihr irgendeines großen Landes. Es war so stürmisch, dass der Käpt'n die Glocke verlor. Die ihm seine Hübsche gab. Beim Klappaut, Mann. Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir wieder auf. Wo sind wir nur gestrandet? Alles sieht so eigenartig aus. So wie der Käpt'n aussieht, bekommen wir das Schiff nicht mehr flott. Der Matrose, der nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch fort. Ich sagte ihm, er sollte das Schiff durchsuchen. Hast du unser Schiff gesehen? Es liegt drüben beim Friedhof. Bisher haben wir es nicht reparieren können. Es ist im übrigen Zustand. Und es ist Pack. Warum findet mir niemand meine Glocke? Oh, du. Oh, beim Klappaut, Mann. Man sieht es in deinem Augen, welch ein erfahrener Abenteurer du bist. Okay, finde sie. Finde meine Glocke. Ich warte. Mhm. Wie lange wollen sie wohl noch hier bleiben? Stimmt alles mit ihm? Der Typ ist so vergesslich. Was? Stimmt alles mit ihm? Dieser Typ ist so vergesslich. Wie ging das doch gleich? Oh, ich glaube, das war's. Ach, vergiss es am besten. Aha. Moment. Ich das notiere mir schnell. Da muss ich meine Notiz-App öffnen. Ich will schnell eine Notiz machen. Gut, 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 gut. Gut. Danach. Ich Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, das müsste es jetzt eigentlich sein. So, das ist wahrscheinlich irgendein Code, den man für irgendwas braucht. Bitte mal, da war doch am Strand irgendwas von den Piraten. An dem Moment, ich muss dann weiter hoch. Da an der Ostküste war doch irgendwas, was von den Piraten verdeckt worden ist. Könnte es da weitergehen? Keine Ahnung. Da an der Ostküste war. Ist das... Königin Ambi, beim Anblick der See kommt mir die Erinnerung an ihn. Oh ja, dieser stolze Seefahrer doch bist und du bist wohl noch zu jung und ehrtige Gefühle zu verstehen. Ja genau, stimmt. Das ist die, ich würde sagen, der Piratencaptain ist ihr Geliebter. Ah, das macht dann natürlich Sinn. Hier genau, da war nämlich die Samasa-Wüste voraus. Du suchst nach der Glocke, dann könnte ich zurück, danke. Ja, das jetzt. Sehr gut. Ja, das ist die, ich würde sagen. Da kommen wir wahrscheinlich in irgendeine Höhle her, ja genau, das kenne ich. Wenn du schon mal da bist, auf etwas ein Schild, 50 Rubine, auch nur, ich habe schon ein Horb. Genau, ich habe ein Schild. Okay. Das sieht aus wie ein Schiff. Hoho, als ich die Wüste nach der Glocke abgesucht habe, hat mich ein Sandsturm erwischt. Dann bin ich so wieder aufgewacht. Ich gelange nicht ins Jenseits. Jetzt habe ich dein Mitgefühl, dann hilf mir diese Glocke zu finden. Ich habe meinen Schädel in der Wüste verloren, suche ihn zuerst. Hä? Jetzt bin ich nicht so groß hier. Ah, okay, das ist interessant. Aber ich kann hier nicht durch. Das ist fies. Ach genau, jetzt hat sich nämlich die Ansicht, die der Zieler geändert. Ja, das heißt, ich muss quasi wieder jetzt zurück. Äh, ja. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich wollte ja da hin. Nein, ich kann hier nicht überlegen. Dann ist ja auch gerne Pferden, dann bin ich wesentlich gleich weiter. Hier ist ja auch. parkourst. Ich möchte drinnen, weilкуlänge sind, nachen. Ja, okay, ich Echo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht muss ich jetzt planlos die ganzen Sandstrudel abwerfen, äh ablaufen. Okay, da ist es ganz sicher. Du hältst die rostige Glocke. So. Die Luft hat dir enorm zugesetzt. Äh, oh, das ist die Glocke vom Käpt'n. Aber ob sie noch funktioniert? Die ist ja völlig verrostet. Jedenfalls ist nun der Weg ins Jenseits frei. Den Rest muss zu erledigen. Sehr schön. Und eine gute Tat erledigt. Beobacht. Tatsächlich, oben ist jetzt die Anzeige schon auf. Jetzt sind sie Rubine und jetzt ist es dann quasi, äh, ja. Die Erze. Die Erze klingt auch noch nach einer tollen Punkrock-Band. Äh, du hast mir meine Glocke gebracht. Lass mal sehen. Oh, das ist, äh, das Ding ist ja total rostig. Willst du mich verschaukeln? Die taugt doch nichts mehr. Geh und lass sie polieren. Wer poliert denn sowas? Das ist ja exakt eine gute Frage. Wer poliert denn sowas? So, jetzt habe ich schon wieder jemand angerufen. Da gibt es aber keinen, der irgendwas poliert. Warte mal, vielleicht... Vielleicht denke ich zu kompliziert. Und vielleicht ist es irgendwas mit Schmieden einschmelzen. Schmieden einschmelzen. Das wäre seltsam, wenn jetzt, äh... Vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwen, der für sowas... So, was denn hier ist. Das ist nämlich ein Schmelzofen. Schmiede, da gibt es doch eine Schmiede. Hab ich mir doch gedacht, da muss doch irgendwas in die Richtung geben. Leichtes Endpfei für den Schmied wie Junio. Untertitelung des ZDF, 2020 Was braucht denn denn die dreckigen Fehler? Okay, das lief nicht so schön. Wenn du in dieser Gegend den Boden umkriegst, findest du Erzbrocken. Manchmal findest du gar eine wache Ader von Erzbrocken. Ah ja, so, ich hab dann... Ah, ich wollte gerade sagen, da muss ich doch irgendwo dahin kommen. Willkommen zur Schmiede Hochsoprosias. Wir liefern erstklassige Arbeit ab. Aber wir nehmen nur Aufträge an, die uns interessieren. Die beiden dort hinten kümmern sich ums Handwerk. Ich bin der Manager. Ey, Moment. Der Meister hat etwas gesagt. Ach, tatsächlich. Die Augen des Meisters sind untrüglich. Er sagt, du besiehst es deine wertvolle Glocke. Möchtest du, dass er sie aufpoliert? Ja, bitte. Bitte? Bittest du... Muss ein Gefallen? Probier es später noch einmal. Ach komm, wo siehst du denn da los? Na los, perfekte Antwort. Gerade raus und auf den Punkt. Meister erlediget das sofort. Pardon, dass du warten musstest. Deswegen ist er ein Meister. Die beste Arbeit weit und breit. Bitte sehr. So eine feine Handwerksarbeit findest du sonst nirgendwo. Du hältst die Piratenglocke. Gong. 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 Tja, wir abstoßen es. Äh, ich überlege gerade, ob ich mir das hätte sparen können. Hm. Egal. Egal. Ah, du hast mir meine Glocke gebracht. Lass mal sehen. Ah, zweifellos, das ist sie. Diese Glocke steckt voller Erinnerungen. Doch nicht nur angenehme. Schnief. Der wird dich schwermütig. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Es geht los, Madrosen zur See. Dieser wunderbare Klang, diese Stimme, kann es möglich sein. Mein Käpt'n, das kann nicht wahr sein. Ich habe meine aufschlussreiche Zeitreise hinter mir. Aber ich hätte niemals gedacht, dich hier wiederzusehen. Und hier schon gar nicht. Aber wie? Nein, das muss ein Traum sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen. Der Gedanke an unseren Abschied bricht mir immer noch das Herz. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Aber deine Schönheit ist unvergänglich. Ah, du bist unverändert. Ganz der Alte. Naja, ein bisschen schmieler. Vielleicht. Ambi. Wenn ich nur könnte, würde ich hier bei dir bleiben. Aber... Eve. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich verstehe schon. Du bist ein Mann der See und kannst dein Leben nicht an Land verbringen. Doch lass mich dein Hafen sein. Immerzu auf dein Rückkehr wartend. Oh Ambi. Oh Käpt'n. Setzt Siegel mal drüßen. Aye Aye Sir. Erstattet Bericht Captain. Das Schiff ist seetüchtig. Wir können jederzeit Siegel setzen. Geht an Bord. Geht an Bord. Juhu. Lein los Matrosen. Anker lichten. Captain Welkwüste ohne Wendemöglichkeit voraus. Setzt Sie in Fahrt zur Seema draußen. Aber das ist unmöglich. Tölpel, Tod und Teufel. Es ist zu schaffen, wenn wir uns richtig ins Zeug legen. Oh. Aye Aye Sir. Mein Blabautemann. Es klappt mein Käpt'n zur See. Heilige Piratenflagge. Heilige Piratenflagge. Juhu. Los Matrosen. Es geht los. Aye Aye Sir. Arg. Auf See bin ich zu Hause. Mein Herz lebt auf. Juhu. Los. Läutet die Glocke. Läutet die Glocke. Läutet die Glocke. Läutet die Glocke. Ich war zu lang am Land. Ich werde seekrank. Oh. Äh. Sag kein Zweck. Überleg mal. Seit wir sterben, sind wir nicht zu See gewesen. Und sowas nennt sich Piraten. Peinliches Pack. Mein Anblick des Segels. Werde dir krank. Oh. Äh. Sei kein Zweck. Bringt's hier an Land. Wirk. Aye Aye Sir. Anker werfen. Jo. Wir müssen erstmal wieder seefest werden. Hier werden wir ein kurzes Päuschen einlegen. Ah, hier ist er, ich gebe er nicht. Okay. Ja. Sehr gut. Ich glaube, da war ich schon mal. Weiß nicht mehr. Weiß nicht mal zumindest, wie man da rüberkommt. Die ganze Zeit drin herumzusitzen macht einen Ring. Oh, ich erhalte einen Ring. Oh, ich erhalte einen Ring. Sehr schön. Das weiß ich echt zu schätzen. Ohoho. Ich sag nicht so bang. Verstehst du mein Bedauern? Äh, ja. Wohlang war ich in Labrinners Bücherei beschäftigt. Wenn ich etwas von Geheimnissen höre, werde ich so... Um das wieder in Ordnung zu bringen, möchte ich, dass du diesem Geheimnis lauscht. Ich höre dir mein Geheimnis an. Siehst du es? Ja. Sehr geheim. So. Hast du das Tier gemerkt? Ja. Diese uralte Geschichte. Wohlang war ich in Labrinners Bücherei. Also muss ich wahrscheinlich zur Bücherei beschäftigt. Wenn ich etwas von Geheimnissen höre, werde ich so... Um es wieder in Ordnung zu bringen, möchte ich, dass du diesen Geheimnis lauscht. Ich möchte nur kurz wissen, was ich sage, wenn ich Nein sage. Wohlang war ich in Labrinners Bücherei beschäftigt. Ich denke, dass ich hier so gehe. Ach so. So, dann schauen wir doch mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das fahrt jetzt nicht weiter. Ah, okay. Sehr nice. So, jetzt werde ich kurz zum anderen Spiel wechseln und das Geheimnis eingeben. So, jetzt sind wir wieder zurück in Oracle of Ages. Ich hatte gerade schon angefangen aufzunehmen, dann ist da irgendwie OBS abgestürzt. Wie Exkodierungsfehler. Äh, ich muss gerade überlegen, wo ich hin möchte. Ich glaube, die Bücherei war doch irgendwo in der Vergangenheit, habe ich gedacht. Ich könnte mich aber ran. Aber lässt sich doch einfach ausfinden. Wie ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nie habe ich erwartet, dass jemand kommt, der das Rätsel zu lösen im Stande sei. Von woher stammt das fehlende Siegelbuch, das du bringst? Nee. Ich habe gedacht, da muss ich hin. Moment. Einmal kurz gucken, wo ich tatsächlich das Rätsel einlösen muss. Okay, ich musste dieses Rätsel machen. Okay, ich muss das Rätsel machen. Okay, ich muss das Rätsel machen. Ich nutze kurz mein Handy, um das Geheimnis zu erfassen. Okay, ich muss das Rätsel machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast das Rätsel gelöst. Hast Du einen Bodenauftrag? Ja. Warum kennst Du das Geheimnis? Dieses Geheimnis ist nur für diese Bücherei bestimmt. Sprich mit niemandem darüber. Ich biete Dir das hier für Dein Schweigen. Du hältst den Spielschild. In Holodrom ist dieses Geheimnis der Weg zu einem neuen Schild. Ich biete Dir das hier für Dein Schweigen. Sehr gut. Komm zurück, wenn Dir dieses Geheimnis entfallen soll. Behüte Dir dieses Geheimnis. Dann wechsle ich wieder zum anderen Spiel. Wenn mein Handy-App schnell genug öffnet, damit ich die Aufnahme abbrechen kann. Gut, 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 gut. Ja, jetzt läuft's. So, jetzt schauen wir mal. Doch, es läuft, das ist gut, okay. Leute, ich wundere, was jetzt war. Ich habe jetzt tatsächlich einfach die Aufnahme gestartet, als ich wieder zurückgewechselt hatte zu der Console, das ist zu Oracle of Seasons. Und bin halt quasi jetzt zu Halle der Geheimnisse gelaufen. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Und dann hat OBS eine Fehlermeldung angezeigt. Ich weiß auch nicht, wer das gerade zur Zeit kommt. Ich hatte heute eh schon ein paar Probleme mit OBS. Also, kann irgendwas anderes sein, kann doch dann liegen, dass es gefühlt 40 Grad hat, wer weiß. Auf jeden Fall bin ich jetzt quasi nur zum Mako-Baum gelaufen, in den Baum rein und zur Halle der Geheimnisse und habe sie angelabert. Willkommen, Mock. Ich bin Verrore, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest Dich in der Halle der Geheimnisse. Hier, neben Deine Geheimnisse, Gestalt an. Ich verleihe mir bekannten Geheimnisse in eine Form. Kennst du das Geheimnis der Zeitreise? Ja. So, jetzt muss ich das eingeben. Ich hoffe jetzt... Jetzt scheint die Aufnahme zu funktionieren. Ich blick es halt nicht, warum, was das Problem war. Aber mei. Das ist alles nicht so einfach. Ich bin Verrore, das ist alles nicht so einfach. Du erhältst einen Eisenschild. Deine Geheimnisse haben neue Kräfte erweckt. Komme jederzeit wieder zurück. Jetzt habe ich ein Level 2 Schild. Ein großer Schild. Ja. Es gibt auch noch ein Spiegelschild, aber da muss man zuerst den Eisenschild im wachigen Spieldochgang gefunden haben, damit man das hochrufen kann. So. Aber an dieser Stelle, um was jetzt grünen da ist, wird mir eigentlich den Teil, ich hoffe, hat gefallen. Und wenn ja, dann wird es nichts mehr wieder einschalten. In der Hoffnung, dass da nicht wieder irgendwie die Konsole, äh, beziehungsweise die Konsole war ja nicht das Problem, aber das OBS abschmiert. Weil jetzt scheint die Aufnahme... Schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Bevor ich nämlich speichere und das Spiel wende, dann ist es etwas blöd. Ne, die Aufnahme wird größer, also wird es wohl passen. Gut. Dann sage ich... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal weiter, was wir machen. Hm.